Schlussklappe 1 4 die 2 und danke aus im übrigen das mittagessen fällt heute aus der koch konnte nicht genügend gemüse schnippeln das bleiben im raum regie kamera produktion masken mädel das war ein befehl das mittagessen vom koch war ein befehl wer sind sie sich einen befehl zu widersetzen die produktion hat mich melogen alle haben mich belogen sogar die aufnahmeleitung der gesamte produktionsstab ist nichts weiter als ein haufen niederträchtiger treuloser feiglinge ich kann nicht zu diese produktion ist das geschmeiß des deutschen films ich war nie auf einer filmschule und doch habe ich allein allein auf mich gestellt den deutschen film erobert verräter es wurde ein ungeheurer verrat verübt am gesamten team ich hätte gut daran getan die producenten vor jahren liquidiert zu lassen wie domenik die